hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge pokémon und wir machen direkt weiter bei der arena und ich werde mal versuchen direkt zu sabrina zu kommen ohne dass wir kämpfen müssen weil ich habe irgendwie keinen bock zu kämpfen bin ich ganz ehrlich konnte man nicht irgendwie einfach wenn man nur so dumm läuft zu ihr kommen war ja tatsächlich war kein problem eine vision hat mir deine ankunft vorausgesagt ich beherrsche die psychoknese seit ich ein kind war zunächst habe ich gelernt mit der psychoknese löffel zu verbiegen verabscheu den kampf aber wenn du es wünsch beweise ich dir meine kräfte ok dann komm mal her du geile sau sabrina ja ok ok schon wieder pokémon aus einer anderen region als will langsam echt langweilig level 41 ach du scheiße ich glaube wir werden verlieren ich habe schon wieder nicht eingekauft fach geht einer scheißen dreck ok hätte ich jetzt nicht gedacht dass du so aufs maul krieg von ok war so knapp war gut mal nichts hast du noch ein weg gehauen geil super da von ihr mega super cool gegen rosana da was willst du hier wieder alle pokémon sind schneller ich lieb die echt sind ist hier echt so schnell und flammare kam ach so ja rosana ist auch schnell als ein flammare ist klar wieder alle pokémon sind schneller als alle meine pokémon ach ja es überlebt ok perfekt ja wenn wir direkt tauschen oder gar kein bock komm verrecke am feuer quatsch ouch verrecke am feuer jetzt es überlebt einfach immer noch dann gibt er kriegt er noch schon die ep ab ey ist mir wurscht feierschlag was ist bitte am feuer verrecken stimmt es jetzt am feuer oder dankeschön so achso wir sehen nicht welches pokémon kommt ja dann schicke ich mal die okina raus alarm muss ich weiß ey wir sind so gefickt ich habe besucht drei pokémon ist auf uns halb tot ey ach oh wow ich bin mal schneller oh krass ich mache aber keinen schaden trotz der effektive aber er hat killt mich ja und der ach gott der hat überreste oh nein wieso hat der überreste oh nein oh scheiße ja leute wir kriegen auf die fresse ich habe verloren ich drehe das nicht mehr um lamus kill uns ist das langweilig ey ja lamus haut uns aufs maul was soll ich machen ja überreste kommen scheiß arschloch wix macht tor top ein bisschen schaden oh nein schon wieder zurückgeschreckt oder jetzt ist aber geil vielleicht gehen wir doch mit vier trocken ach scheiße natürlich kann er sein kopfstoß ouch kannst du jetzt drauf gehen oder danke ja auf totalk ist halt einfach verlassen du 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 simsala schon wieder bis oh psychoshock kann mich ganz schön aufs maul hauen oh au ja natürlich boah volltreffer was okay das war jetzt lucky jetzt kommt das letztes oh nein pantymaus oh nein pantymaus der fickt uns oh pantymaus fickt uns der fickt uns noch glaubt mir der fickt uns noch scheiße der fickt uns noch glaubt mir der fickt uns noch ich hab nur geblufft ich hab die ganze Zeit mit gefreut jawohl geil alter ich hab echt gedacht wir verlieren noch ich bin erschüttert aber verloren ist verloren zum vorten geil mann ja mit dem orden ogo muss leben bis level 50 alter was ist das warum nur so ein bisschen alter immer noch so ein bisschen jetzt kannst du nicht aussenken kämpft die jetzt eigentlich noch mit mir ne schade das wäre jetzt einfach zu gut gewesen kommen wir jetzt zurück bin ich richtig abgebogen hab ich jetzt so einen kleinen stecher nein ich komm wieder zu ihr ich komm wieder zu ihr ich will hier raus hier raus lass mich raus man wäre ich doch einfach direkt den selben Weg gegangen ey ich mach ups ich komm hier nie wieder raus ich komm hier nie wieder raus mein oh mein oh mein ach doch ok perfekt ja wir sind frei geil natürlich natürlich gebe ich ja auch noch in den Einkaufscenter ich bin gespannt ob es hier irgendwas besonderes gibt ah Entschuldigung k nosotros d nu du 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 du報en so wir haben 70.000 wir kaufen ein paar hypertränke Könnte eh nicht so viele benutzen Deswegen 10 Leber kaufen wir auch mal 5 Ne, gibt's nicht, verkaufen wollen wir aber Wir wollen den ganzen Schrott Verkaufen Und zwar Wo ist es? Wo sind die ganzen Schrott-Items? Hier unten sitzt sie Tschüss Danke So, hast du irgendwas Besonderes? Bitte sag ja Fast mein Leben Ja, er hat halt viele Attacken, ne Aber die sind halt so scheiße teuer Eis Odem wär geil Komm, wir kaufen Eis Odem Das war schon wieder Alter, ich hatte 70.000 Über 24.000, ist das geist krank Wo ist die Eis Ode in der Attacke? Eis Ode benutzen Ach scheiße, ich habe ja gar keinen Punkt Ach fuck Shit Toxin Der will Toxin Ah nee, komm scheiß auf Toxin Den brauchen wir grad nicht Auch wenn's geil ist Äh Wir brauchen Kann jemand Elektroball lernen? Nö Kann einer von euch Kiegerlsauger lernen? Natürlich nicht Kann einer von euch Wolterknecht Warte mal, was? Wolterknecht Liduquim Das ist halt eine wiederholende Attacke Komm, machen wir mal Okay, danke Äh, und wir fliegen Wir fliegen nach Hause Aber eins verstehe ich nicht Kann ich jetzt eigentlich Bisasam und sowas hier fangen? Warte mal, weil Als ich, äh, damals Glumander geschenkt gekriegt hab Da stand da, dass der Einfach Tatsächlich Seltenheit Köder Was ist denn ein Köder? Warte mal Selten Ungewöhnlich Köder Köder Was ist denn ein Köder, ey? Das muss ich irgendwie Kann ich einen Köder Kaufen, oder? Ich hab jetzt Glaub ich das Ne, hier nicht Wie gab's nur Klamotten? Ey, was ist denn ein Köder? Ich muss da jetzt ein bisschen Hier, äh, Erfahrung bringen Also, wenn's Köder gibt Dann auch eigentlich Hier im Großen, oder nicht? Köder Der hat wahrscheinlich Kein Köder Mit dir, Kollege Köder Köder Ein Köder, der will Pokémon für 100 Schritte Unlockt Er hat mehrere Effekte Wenn er aktiv ist Bin sehr etwas stärker Als normal Pokémon Gebiet Du kannst mehr Feinde Zur gleichen Zeit treffen Chance exklusive Arten des Köders Alles zu treffen Hier ist alles das gleiche Nur 200 Schritte Cool, ey Brauchen wir Ich bin mal gespannt Was man da so raus bekommt Geil Wusste ich gar nicht Man lernt immer was dazu So, wo war jetzt Route 3? Nördlich von hier, oder? Also zwischen Vertania Und, äh, Vertania Wald Glaube ich Route 2 Da oben War das hier Route 3? Route 2 Immer noch Ey, ist Route 3 da, oder was? Tatsächlich Du, 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 du Alter, der hat halt von Das sieht aus wie ein Shiny-Zubart Ähm, hm Benutzen Bin ich mal gespannt Oh, okay, das ging auch schnell Okay, Menki, bräunig Ich will einen Glomanda, Mann Verpiss dich Ich will einen Glomanda Und ich will einen Bisasam haben Ist halt nur die Frage Wie lange das dauert Bis du an den kommt Okay, Zubart Oh, das wäre schon geil, ne? So ein Glomanda Aber das hätte ich, oh mein Gott Das hätte ich hier früher wissen müssen Oh, was jetzt? Zwei Okay Okay, krass Genau, zwei kommen Habe ich eigentlich noch genug Bälle? Hier einfach rein, ohne zu wissen, ob ich überhaupt genug Bälle habe Ich finde es gut, wenn immer zwei kommen Weil dann, äh Ist die Chance höher, dass, dass Glomanda kommt Äh, du, du, du Alter, jetzt also langsam Dein Glomanda Glomanda will ich Woher weiß ich eigentlich Achso, da oben links steht's Quader 170 noch Aber es ist anscheinend voll selten Ich glaube diese 5% Chance, äh, mit anderen Arten, oder? Ist wahrscheinlich dann sowas wie Glomanda Finde ich ja krass, dass mir dann der eine Typ Da einfach das Glomanda bei meinem anderen Charakter geschenkt hat, ey Ey, wie, was heißt jetzt das Z? Ist taubst du ja am Schlafen, oder was? Schlafen, lol Man trifft einfach auf schlafende Pokémon Die ihre Augen offen haben Wieso Zombies Crazy Das hat schon, ey Wayne, ey, was ist das, Mann? Krieg ich jetzt auch mal was Cooles, oder? Also, bisher ist die Ausbeute wirklich super boring Dann könnt ihr mir sagen, was ihr wollt Aber es dauert ja wirklich lang hier irgendwas zu finden Ach, come on Wieso haben wir denn da einen Glomanda bekommen? Sag ich mal, schauen, ob ich mir ein Glomanda einfach kaufen kann Vielleicht ist es... Ah, da ist es ja, oh mein Gott Ein Glomanda auf Level 11, ey, Wahnsinn Das klappt ja wirklich Ist das geil So, was mache ich jetzt? Ich kann es ja nicht einfach schwächen Fuck, Alter Jetzt meistert aber Scheiße, ich habe ja nichts Fuck, ich habe gar keine Bälle, Mann Ich bin nicht kacke Ich habe einfach keine Bälle gekauft Könnt ihr euch abhauen? Jetzt außer sehen, Meisterball schmeißen Schmeißer, ja, dann schmeiß ich dort und raus Ja, dann trainiere ich einfach Glomanda hoch Achso, boah, Alter, entspann dich mal Nicht angreifen Das wird nie was Warte mal, Habitag ist doch Level 14, oder? Können wir da nicht irgendwie... 17, Scheiße Ja, wir müssen es ausprobieren Ey, komm, das ist ein Habitag-Gomanda Das jetzt mal nicht vom Habitag zerstören Schön, dass du Heuler machst Das ist gut Ah, Eroars Und jetzt ist Glomanda tot Ja, okay Ich habe noch drei Bälle Komm, komm Ey, das ist ein fucking super Ball, Mann Der ist auf Level 11 Der will mich verarschen Ich habe noch zwei Komm Glomanda, mach jetzt kein Auge, Mann Ich bin jetzt so verkackt, ey Glomanda, komm schon Mach jetzt kein Auge, Mann Ey, du bist so ein Wichser, ne? Weißt du was, das verreckt doch Verreckt Arschloch Kann man nur so undankbar sein Du hättest das beste Leben bei mir gehabt Halt dich, dann gehen wir auf den Marktplatz und gucken Alter, Glomanda Glomanda Boah, Alter, die sind ja sau teuer Ah, nee, doch nicht Ja, gut, kommt da drauf an, ne? Ob man die Werte will Der ist doch gut Ja, okay Eigentlich ist der auch scheiße Das hier ist gerade das Beste Hastig Nur drei Seiten Oh, der ist super Den kaufen wir Komm Kaufen So, wir haben Glomanda Komm, scheiß drauf Machen wir dasselbe mit dieser Sam auch Dieser Sam Dreitausender, ist er noch teurer Ich hab keine Pokébälle mehr Verfickte Kacke, Mann Komm, wir kaufen den da Kaufen Super, cool Wir haben alle Starter-Pokémon Die hab ich mir alle selber gefangen Ohne zu lügen Ach, ist das Kacke Sehr gut, jetzt düsen wir mal Runter Ne, zu der tollen Insel Warte mal, was ist, wenn jetzt ein Okay, scheiß drauf Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn jetzt ein Shiny kommt Wenn jetzt ein Shiny kommen sollte, ne? Ist okay, dann schmeiß ich einen Meisterball Ist mir wurscht, was für ein Shiny Ich schmeiß da einfach einen scheiß Meisterball Achter, die sind einfach auf Level 30, Mann Es geht ab Ich hab halt Kein Donner-Pokémon, ey Scheiße Ist Zapdos auf Level 50? Soll ich ein Zapdos ver- Einfach mal ganz entspannt so ein Zapdos Das wird mich wahrscheinlich vorum bringen, ey Ich hab Wasser, Wasser, Wasser Fickte Kacke, Mann Das ist unmöglich Das ist halt so witzig Der Matze, der spielt ja gerade Pokémon Ich glaub Blattgrün Randomizer war's Und der kriegt nur Pflanzen-Pokémon, ey Pflanzen- und Wasser-Pokémon Ja, und ich, Idiot Ich fokussiere mich irgendwie Warum aber auch immer voll auf Wasser Auf Pokémon, die halt Wasser attacken können Huch, was ist jetzt los? Alter, okay Entspannt euch mal Hallo Alter, das ist ein fetziges Training, ey Oder auch nicht Klar, ein einziger Was ist das für ein unfairer Scheiß? Nee, kein weiterer Deswegen kommen so viele, ey Der Köder war noch aktiv Scheiße, ey Hallo Die Folge ist gleich zu Ende Darf ich bitte noch auf der Insel ankommen, oder? Sobald wir auf der Insel sind Dann verpissen wir uns nochmal woanders hin Es gibt ja noch ein cooles Pokémon Was wir kriegen können Aber dafür muss ich ein Item holen Und das Item hab ich noch nicht Weil ich das tatsächlich bis gerade komplett vergessen hab Dass es das Item noch gibt Boah, nicht kämpfen, ich hab keinen Bock Oder einfach nur vorbeischwimmen Im Wasser und in der Höhle kämpfen wir echt am nervigsten Das bockt überhaupt nicht Oh nein, da chillt einer Wir müssen echt kurz an Land gehen Ey, deswegen, Leute Kauft Kondome, ey Wirklich Dieser Schutz ist immer gut, ey Vor allem im Wasser und in den Höhlen Das ist so ne... Och, verfickte Scheiße, Alter Es ist passiert Nein, nein Die hab nicht aufgepasst Der Schwimmer Thomas, Alter Ja, okay, Thomas Du bist es, Alter Du willst mich jetzt... Du willst mich jetzt nerven, ne? Du räudiges Arschloch Es wird einfach... Ja, komm Ich sag einfach gar nix mehr Sag ich einfach bis zum Ende der Folge die Klappe halten Ja, okay Zwei... Ja, zweimal hintereinander Komm, fick dich, du dummes Arschloch Ja, du bist Ja, super Bis zum Ende decay Genau Das Cort Verd Grace Du bist Tod Du bist Du bist von Du bist Du bist Ein Wolf-Fucking-Wasser-Team, ey. Ich dreh durch, Mann. Gottlos. So. Geil, wir sind da. Nice. Musik genießen wir noch nicht. Wo hat er die Dragosso-Maske her? So. Dann vielen Dank fürs Zusehen und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer GrandTanamo. Tschüssi.